Zwei Sprachen oder ein Sprache Hallo, 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 schön, dass ihr alle mit dabei seid beim World Karate Day. Falls es irgendwelche Fragen geben sollte, ihr seht hier viele monetäre, die noch mal, dass euch ein schönes Deutschland-Fragen macht. Und wenn es Fragen gibt, ländet euch vertrauensvoll und diese Personen, die können euch sicherlich weiterhelfen. Hier spielen wir das Spiel, also hier werden wir abholen, also mal spielen, wir schlafen, wir kommen korrekt, ich bin es einmal um, dann seid ihr gleich gesamt zum Aufhören. Begleite es mit der Handhaber. Und hier, Jonas, Zudan, hier, Jonas, Zudan, eins. Wir gehen zurück, Jonas, Adi, dann macht er ein Jakobus, zwei, Jakobus, dann wieder Jonas, noch Jakobus. Und wir laufen dann die Arme. Und wir gucken so, dass wir mal jetzt machen können, dass wir die Matzen, ohne zu wackeln. Okay? Ihr Kommando. Abdruck, fasch! Die Kontrolle weich. Sehr schwierig, hier hart dabei. Fünf links und rechts, komm an! Hier, los! Komm hier, halt! Wünsch, komm an, halt! Ach, wer ist da? In einer Hand mit zwei Händen versetzt, durchgegriffen, vor Haare. Das ist die Hand, das ist die Hand. 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 Eins, zwei, Hände entstanden, mit der Kerstin gerade hier zur Hand stehen. Zweite Technik ins Knie. Ein Bein! Und noch einmal. Ein weiteres Händen. Mit einer Wachstum, Hügel, 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 Hügel. Ich drücke aus dem Partner. Mit zwei. Eins, Tüche, zwei. Kuh! Kanzel! Ausfüllen! Zahre! Zäh! Ausfüllen! Zäh! Zäh! Halt! Zäh! Zäh! Gratis, Körbe! Ja, aber jetzt kann er den Unterschenkel ausschlafen. Und das ist für ihn, Bewegung selbstständig, optimale Bewegung. Hoch gehen, einsetzen, gerade bleiben. Oberkörper möglichst aufregt halten. Und dann raus und zurück. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Die Hüfte benutzen. Um die Hüfte zu benutzen, wir brauchen diese beiden, die korrekt zu haben. Hier. Das. Das ist die Hüfte. Das ist das. Wir müssen die Hüfte benutzen. Der Bericht hat es. Ich habe den Bauern die Hüfte. Die Hüfte benutzen. Ich habe ihn in der side. Was, ich habe ihn aus. Ich habe ihn aus. Das war's. Hey, hey, hey fellas, you understand? Go, go this way, this way, okay? Hey, 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 hey. Eins, zwei, drei, einfach wenn du nicht hinεben kannst. Drei, fünf, ein Kniestosh und zurück. Also, ich gebe Ihnen hier den Schub, und da ist sie gleich, das kriege ich mich. Okay, jetzt kommt sie. Und dann soll ich sie neu bauen. Mein Bierig, verraschend ihn. Hier! 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 Ein order, ich muss es rechts und rechts machen. Von hier ist es ein, zwei. Und stop. Okay, ready? Jetzt geht's mit dem Sitz. Jetzt geht's mit dem Sitz. Jetzt geht's mit dem Sitz. Mit einem Teil! Neutzen! Da, W confident! Hallo Bayern! ... ... ... ... ... ... Musik Applaus Applaus Ihr geehrte Gäste, liebe Freunde, zuallererst möchte ich zu alle anwesend hier, zu alle Leute hier mit uns einen unvergesslichen, einen besten World Caracter Day wünschen und dem BKF und dem Präsidenten das Programm beigert herzlich danken für so eine vollkommene Organisation, so ein gutes Programm. Applaus Bitte begrüßen Sie mit mir Tegla Ruhl. Applaus 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 Es ist bis jetzt ein sehr stolzer Betrag hier, wir können es zeigen, es entsteht von 10.000 Euro, sowohl für Tegla, auch für die Bayerische Sportstiftung. Applaus 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 Die Vorbereitung Jonathan Raun und Omar Abdel-Rabba. Aufstehen! Halt! 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 Zehnter Garanträger. Sensei Zenpo Chima Pukuro. In Vorbereitung David Kuhn. Und Amir Mirizadeh. Applaus Halt! 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 Applaus 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 Vielen Dank.